... wieder die Faschingsnarren geweckt worden, beim Landesnarrenwecken in der diesjährigen Landesnarrenhauptstadt in Mödling. Faschingsgilden aus dem ganzen Land sind gekommen, um das Landesherzogspaar zu krönen. Herzog Heinrich der 15. und ihre liebliche Hoheit Katja die Erste. Das Landesnarrenwecken ist der offizielle Startschuss für die Faschingsvorbereitungen. Höhepunkt in Mödling ist dann der große Umzug mit hunderten Gruppen am Faschingssonntag.